Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Tabea Peglow und ich darf Ihnen heute etwas zu unserem Inventar zu Testung kognitiver Fähigkeiten kurz vorm INT erzählen. Ich möchte Sie vor meiner Präsentation darauf hinweisen, dass Sie auftretende Fragen gerne in den Chat schreiben können. Wir werden diese dann am Ende der Präsentation besprechen. Außerdem wird das Webinar aufgezeichnet. Das bedeutet, dass Sie die Veranstaltung auf unserer Website in einigen Tagen einsehen können. Allerdings wird der Fragenteil nicht mit aufgezeichnet. Bevor ich genauer zum INT komme, möchte ich einmal mit Ihnen durchbesprechen, vor welchen Herausforderungen die moderne Eignungsdiagnostik heutzutage steht. Da wäre einmal die Internationalisierung zu nennen. Denn es gibt immer mehr globale Unternehmen, die weltweit rekrutieren, beziehungsweise die Bewerbungsgespräche über lange Distanzen durchführen müssen. Und dann gibt es eben auch Branchen, wo es notwendig ist, dass Kandidatinnen aus dem Ausland zur Auswahl herangezogen werden. Denn es gibt zum Beispiel in der Fahrindustrie einen Personalmangel. Das heißt, wir haben viel zu wenig LKW-FahrerInnen. Und daher müssen wir auf Personen aus dem Ausland zurückgreifen und eben auch im Ausland rekrutieren. Und dann sind wir alle auch seit der Pandemie einfach daran gewöhnt, aus dem Homeoffice zu arbeiten, Meetings und Calls online zu haben. Und ja, eine Eignungsdiagnostik, die ortsunabhängig durchgeführt werden kann, ist da einfach was, was auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Das heißt, die Antwort auf Internationalisierung ist die Arbeit mit Online-Tests. Denn so können wir dieser Herausforderung einfach und komfortabel begegnen. Eine nächste Herausforderung ist, dass es je nach Branche entweder viel zu viele oder viel zu wenig Bewerberinnen und Bewerber gibt. Und hier wäre ein Beispiel die Flugindustrie. Das ist einfach eine Branche, wo viele Personen eine Ausbildung machen möchten oder einen Job antreten möchten. Und da kommen auf eine Stelle meistens sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber. Und die alle intensiv zu testen und zu interviewen würde einfach enorm viele Ressourcen kosten. Und dann gibt es wiederum andere Branchen, wo wir sehr wenig Bewerberinnen und Bewerber haben. Zum Beispiel das IT-Feld oder aber auch wenig Bewerberinnen, die wirklich für eine Stelle passen. Und da bietet es sich als Lösung an, vor einer intensiven Testung und einem intensiven Auswahlprozess, inklusive Interview etc., die Bewerbenden einmal zu screenen und da eben sich einen gruben Überblick zu verschaffen, ob das Personen sein könnten, die eben geeignet sind und mit denen man ein längeres Bewerbungsverfahren dann durchführen möchte. Dann ist eben auch zu nennen, dass das Nutzerverhalten von relevanten Zielgruppen sich einfach mittlerweile sehr verändert hat. Es wird Sie nicht überraschen, aber das Smartphone ist eine Hardware, die mehr und mehr genutzt wird und auch mittlerweile mehr genutzt wird als der Laptop. Ich habe Ihnen hier eine Erhebung mitgebracht, die ist aus Deutschland. Und hier können wir links eben ganz schön sehen, wie viel Prozent der Personen mittlerweile Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer sind. Und ja, wie Sie sehen, ist das Smartphone in allen Artesgruppen mittlerweile sehr weit vertreten. Und die Personen haben eben auch angegeben, dass das Smartphone zu 94 Prozent zuletzt heute oder gestern benutzt worden ist, während der Laptop nur mehr bei 74 Prozent liegt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Laptop-Nutzung weiter abnimmt und das Smartphone mehr und mehr Oberhand gewinnt. Das bedeutet natürlich, dass wir Eignungsdiagnostik brauchen, Testverfahren brauchen, die wir auch am Smartphone und nicht nur am PC durchführen können. Einfach damit wir mit dem modernen Zeitalter mithalten können. Eine weitere Herausforderung ist, dass in allen Bereichen kognitive Fähigkeiten einfach immer wichtiger werden und damit auch die Relevanz steigt, diese zu testen. Das heißt, wir haben hier eine psychometrische Herausforderung, denn wir wollen ja nicht einfach irgendwie testen, sondern wir wollen uns sicher sein, dass wir auch wirklich die kognitive Fähigkeiten testen, die eben für den Beruf relevant sind. Warum ist es so, dass kognitive Fähigkeiten in allen Berufen immer wichtiger werden? Es ist eben so, dass die kognitiven Fähigkeiten eine hohe Vorhersagekraft haben, sowohl für schulischen als auch für akademischen oder beruflichen Erfolg. Und es ist eben so, dass der Zusammenhang hier positiv ist. Das heißt, je stärker ausgeprägt die kognitiven Fähigkeiten sind, desto tendenziell besser sind eben auch die Bewertung von Personen in verschiedenen Leistungskriterien. Und dafür gibt es einige Gründe. Ein Grund dafür wäre, dass die Automatisierung eben immer mehr einfache Aufgaben übernimmt. Und das wiederum bedeutet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen auch zunehmend komplexere Aufgaben übernehmen können. Wie begegnen wir jetzt dieser Herausforderung? Wir brauchen Tests, die auf wissenschaftlichen Modellen fundieren, eben um sicher sein zu können, dass wir gewisse kognitive Fähigkeiten auch valide messen können. Ja, jetzt werde ich zum Teil kommen, wo ich genauer auf den INT eingehe. Und zwar erfassen Sie mit dem Testverfahren INT fünf spezifische kognitive Fähigkeiten. Das wäre einmal das logische Schlussfolger. In diesem Subtest geht es darum, dass die Person aus einer 3x3-Matrix die Zelle auswählt, die eben nicht zu den Regeln passt, der den anderen Zellen folgen. Dann haben wir den Subtest zu numerischen Fähigkeiten. Hier geht es darum, dass Personen Gleichungen lösen müssen, indem sie gewisse Grundrechenarten, also die vier Grundrechenarten, anwenden. Und dann haben wir den Subtest zu verbalen Fähigkeiten. Hier werden Wortanalogien vorgegeben und müssen ergänzt werden. Und da geht es eben darum, den Wortschatz und das Wortverständnis von der Testperson zu überprüfen. Dann gibt es den vierten Subtest. Das ist der Subtest zur Raumvorstellung. Hier wird der Testperson eine Startansicht von einer geometrischen Figur vorgegeben und eine Zielansicht. Und die Aufgabe der Testperson ist es da, einmal zu sagen, von welcher Seite die Figur denn betrachtet werden muss, um zur Zielansicht zu gelangen. Und dann haben wir unseren neuen Subtest, den Subtest zum Langzeitgedächtnis. Hier geht es darum, dass Personen sich Informationen zu fiktiven Firmen einprägen müssen und diese dann im späteren Testverlauf auch abgefragt werden. Zum Subtest Langzeitgedächtnis werde ich aber später nochmal detaillierter eingehen. Genau, und das Schöne mit unserem INT ist eben, dass Sie nicht nur die fünf spezifischen kognitiven Fähigkeiten erfassen, sondern wenn Sie zwei oder mehr Subtests vorgeben, auch einen Wert für die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit der jeweiligen Testperson und damit einen guten Überblick bekommen. Die Testung funktioniert eben am Smartphone, aber auch am Tablet und ganz klassisch am PC. Sie sehen hier links einmal die Ansicht vom Smartphone und rechts haben wir die Ansicht vom PC. Ja, wir haben Ihnen im vorherigen Webinar vor ein paar Monaten bereits die bisherigen Vierdimensionen und auch die spezifischen Besonderheiten vom INT vorgestellt. Sie können dieses Webinar auf unserer Website finden und können über diesen QR-Code dorthin gelangen. Das Ganze ist gratis nachzuschauen und ich würde Ihnen eben empfehlen, wenn Sie noch nicht umfassend über den INT informiert sind, sich da einmal einen guten Überblick zu verschaffen. Genau, aber worauf bezieht sich jetzt eigentlich der Subtest zum Langzeitgedächtnis? Die Aufgaben, also die ITEMs von diesem Subtest, beziehen sich auf die Fähigkeit, sich Informationen mittel- bis langfristig einzuprägen. Diese Informationen dann in die eigene Wissensbasis zu integrieren und sie bei Bedarf auch schnell abrufen und verknüpfen zu können. Das Langzeitgedächtnis wird in dem Cattlehorn-Carroll-CHC-Modell, worauf also alle Subtests vom INT basieren, dem Sekundärfaktor Learning Efficiency zugeordnet. Wenn Sie noch ein größeres Interesse an dem Modell haben, verweise ich ebenso auf das letzte Webinar. Da geht die Kollegin eben noch mal genauer drauf ein. Aber der Subtest zum Langzeitgedächtnis wird eben der Learning Efficiency zugeordnet. Das ist die Fähigkeit, Informationen zu lernen, zu speichern und zu konsultieren. Und insbesondere beziehen sich die Aufgaben auf den Unterfaktor Meaningful Memory, also die Fähigkeit, sich an semantisch verknüpfte Informationen erinnern zu können. Warum ist es denn jetzt eigentlich so wichtig, das Langzeitgedächtnis in kognitiven Leistungstestungen mitzuerheben? Es ist eben so, dass das Langzeitgedächtnis einfach eine sehr große Rolle in verschiedenen Bereichen spielt. Einmal ist anzumerken, dass es einfach ein wichtiger Faktor ist, wenn es um den Erfolg in schulischen und universitären, aber auch in berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung geht. Und dann ist das Langzeitgedächtnis einfach essentiell für uns, wenn es darum geht, Anforderungen im beruflichen Alltag erfolgreich bewältigen zu können. Unser Subtest zum Langzeitgedächtnis wird von der Testperson in drei Phasen bearbeitet. Wir haben einmal die Lernphase mit einer Dauer von sechs Minuten. Dann kommt es zu einer sogenannten Pause, wobei hier zu sagen ist, dass es keine wirkliche Pause in dem Sinn ist, denn die Testperson kann in dieser Zeit eben andere Subtests vom Int bearbeiten. Diese sogenannte Pause sollte mindestens 30 Minuten dauern und danach kommt es dann eben zur Prüfphase, wo das vorab gelernte Wissen von der Testperson abgeprüft wird. In der Lernphase prägt sich die Testperson eben Information zu sechs fiktiven Firmen ein. Sie sehen hier einmal die Ansicht am Smartphone und am PC und es geht eben darum, dass die Testperson sich verbale, numerische, aber auch visuelle Informationen, also das Firmenlogo, einprägt und jeweils zur Firma wird dann auch noch ein Produkt angegeben. Sie sehen das hier unten bei dem Mobiltelefon, das eben zwei spezifische Merkmale hat, die sich eben so mit eingeprägt werden sollen. Es ist so, dass die Testperson in der Lernphase ihre Zeit frei zur Verfügung hat. Das heißt, sie kann einfach zwischen den Firmenprofilen wechseln, wie sie möchte und sie kann sich die Zeit für das Profil nehmen, die sie möchte. Das heißt, sie ist da ganz frei und da ist eben zeitlich nichts vorgegeben, wie lange auf einem Profil zu verweilen ist. Danach kommt es, wie ich schon vorher gesagt habe, eben zu dieser 30-minütigen Pause und dann ist es eben so, dass Fragen beantwortet werden müssen. Hier wird einfach auf die vorab gelernten Informationen eingegangen und die Testperson hat da einige Fragen zu den Firmen und ihren Produkten zu beantworten. Ja, und das Schöne ist, dass mit dem neuen Subtest zum Langzeitgedächtnis sich eben auch der Anwendungsbereich vom Testverfahren INT vergrößert. INT ist nicht nur das perfekte diagnostische Tool, wenn es um Personalauswahl oder Berufsberatung geht, sondern es ist eben auch ein sehr gut geeigneter Test bei Studieneingangstestung oder aber auch bei der Auswahl von Lehrlingen beziehungsweise Auszubildenden. Denn das Langzeitgedächtnis ist eben vor allem im Studium und auch während Berufsausbildung essentiell, um diese erfolgreich absolvieren zu können und stellt da einfach eine super wichtige Basis dar. Ja, vielleicht kennen Sie den INT schon, dann wird Ihnen dieses Bild nichts Neues sein. Sie können INT wie gewohnt sehr leicht an Ihre Zielgruppe und die jeweilige Testumgebung und Fragestellung anpassen. Sie können wählen zwischen der Vorgabeart, der Testdauer und auch der Schwierigkeit und können hier aber eben auch die Reliabilität an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ja, jetzt im Beispiel der Studieneingangstestung würden wir uns für eine adaptive Testung entscheiden. Je nachdem, um welches Studium es geht, könnte man auch noch Subtests rauslassen. Wenn Sie jetzt beispielsweise Psychologiestudierende auswählen, dann wird die Raumvorstellung nicht so wichtig für Sie sein und Sie können diesen Subtest weglassen. Wenn es aber mehr um technische Studien geht, dann ist es durchaus sinnvoll, alle Subtests durchzuführen. Genau, und die Vorgabeart ist, wie ich schon gesagt habe, da auf adaptiv zu empfehlen und die Schwierigkeitsgrad auf schwer, einfach, weil wir die Person ein bisschen herausfordern wollen. Wir wollen das Beste aus Ihnen herausholen und wir haben da eben auch eine Gruppe, die bereits einen höheren Bildungsgrad hat, plus im Studium eben auch ein hohes Ausmaß an kognitiven Fähigkeiten wichtig, um das Studium erfolgreich zu absolvieren. Wenn wir jetzt aber beispielsweise Auszubildende auswählen möchten und diese vor Ort testen, würden wir uns eher für eine randomisierte Vorgabeart entscheiden. Denn hier ist es natürlich so, wenn mehrere Personen an einem Ort getestet werden, wollen wir, dass die verschiedenen Testpersonen die gleichen Items nicht zur selben Zeit vorgegeben bekommen, damit sie eben auch nicht abschauen können. Und beim Schwierigkeitsgrad wäre es eben so, dass wir uns entweder für den leichten oder den mittleren Schwierigkeitsgrad entscheiden würden, je nachdem auch, welche Ausbildung es ist und welches Ausmaß da an Fähigkeiten gefordert wird. Wir entscheiden uns dagegen den schweren Schwierigkeitsgrad, weil wir eben auch die Testpersonen nicht frustrieren wollen und die Testung möglichst motivierend gestalten möchten. Ja, soweit zu den Zielgruppen und den Einstellungsmöglichkeiten. Auch auf diese ist meine Kollegin im letzten Webinar eben nochmal etwas genauer eingegangen. Also auch hier verweise ich nochmal auf die Möglichkeit, das Webinar nachzuschauen. Und ja, für unsere beiden Beispiele, also die Studieneingangstestung und auch die Auswahl von Auszubildenden, aber auch für alle anderen Beispiele ist es eben so, dass am Ende alle Testergebnisse einfach sehr übersichtlich ausgegeben werden. Sie haben hier die Ergebnistabelle und das Profil. Wenn Sie detailliertere Informationen zur Testperson brauchen, dann stehen Ihnen zum Beispiel auch adaptive Verlaufsdiagramme zur Verfügung und Sie haben auch immer die Möglichkeit, sich einen verbalisierten Ergebnisbericht ausgeben zu lassen. Da können Sie sich selbst nochmal genauer über die Dimension und die Interpretation informieren, aber Sie können das eben auch der Testperson mitgeben, wenn diese einfach selbst einen Überblick über ihre persönlichen Leistungen und die gemessenen Dimensionen haben soll. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich Ihr Interesse für den Int und auch für unseren neuen Subtest des Langzeitgedächtnisses wecken konnte. Sie können noch mehrere Informationen zum Int bekommen, wenn Sie den Marketplace besuchen. Auch hier gelangen Sie entweder über den Link oder den QR-Code hin und Sie können natürlich auch jederzeit Ihre Kundenbetreuerin beziehungsweise Ihren Kundenbetreuer zum Int kontaktieren. Die werden Ihnen gerne weiterhelfen. Ihren Kundenbetreuerin könnt ihr mirն Brooklyn noch mehr als sch Paris hinein不要 dem ich trouve Smit irgendwie Mein iverg hierin euch die Porter